ja dort hat es willkommen zu mein Kraft Quatsch mal wieder heute mit einem neuen Gast Hallo die ja stellst doch mal vor die Trollmeld P er oder auch die Nahrungsmöglichkeiten ich habe heute und ich bin heute noch 100 schlabel in mein Willen und ja und falls er auch mit Spielmann schreibt mich einfach auf Skype an und Prozent ihr könnt gerne eine Runde mitspielen ihr dürft doch aussuchen was er verspielen wird die Küssen hier sind nicht verpackt wirklich Kies kann auch von ihnen der Schweiz habe und es deshalb nicht wie gehen will das kann auch schon und dann sprechen schon die ersten Typen in acht Sekunden ist los die Pokern oder auf jeden und was bist du in ich ja a player has died what the fuck da gibt es eine Massenschlägerei yay runtergefallen bist du tot? ja ich spektakel jetzt ja du bist zur Unterhaltung da ja und liebe Leute da steht einer äpfel auf den Dingsbums hier und schießt mit seinem Bogen runter da ich sage jetzt nicht wer es ist aber das sieht ja ganz nach einem Traitor aus weil da der Alleingang geht und alle abschießt ich weiß dass ich Trader bin du bist Trader? ja guck hier oben mal M3 A N D X und großes X ist er auch Trader wer oh den ersten gekillt oh auf Amelie 8 2 ist das Trader äh lol und M3 A N D X X die schießen sich nämlich gerade ab einer von den beiden ist auf jeden Fall ein Trader ich bin Trader ja aber von den beiden hier oben und ich bin geschehen ich bin ich bin ich bin ich bin nicht cool ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin M3 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 Ui er hat zwei Trader Prozent für mich Kuhmann kauft die Weeper Eier Kauf die mal Eier für deine Hose also da habe ich schon aber ich habe ich habe jetzt für dich welche bezahlt Kuhmann Kuhmann Ui er noch mal zwei gekillt Ui er hat er vor Ort aber ich habe so viele Leute gekillt es ist eine gute Runde die für dich nicht aber das ist ja auch mal eine Chance sich vorzustellen stellt doch einfach mal vor weil es ist soll ja auch so hat push für dich sein also für jeden der auch hier mitmacht kannst du auch mal sagen was auf keinen Kanal bringen willst und so hallo um um ich bin ich habe ich habe mich gerade stumm geschaltet weil ich habe mir gerade ich ich kann hier gerade immer wieder mit neuen Aufnahmen Programmen rum schreibt doch mal bitte in die Kommentare was ihr so empfehlen könnt und 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 er hat mich aber auch so gut es hat sich ein bisschen vorzustellen was auf den Kanal macht ich bin schon tot und ja das sind gute will ich werde es sagt was du machen willst du hast auf den Kanal zu kommen also ich habe das große Glück und darf bei Jojo wer kennt Jojo XP es ist auch ein YouTuber der macht so eine Art Mega Projekt ich habe das Glück und darf bei dem dabei sein und darf da mit spielen und hier sind drei Typen also das wird dein erstes Projekt sein ja das wird mein erstes Projekt sein das mache ich mit dem MC HD mit dem Spieletisch und noch ein paar anderen mhm also die kenne ich und Jojo XP eben und du bringst noch andere Sachen auf den Kanal oder erstmal nur das ähm erstmal werde ich wahrscheinlich nur damit anfangen aber wenn das gut läuft dann werde ich wahrscheinlich auch was hier mit mit Trouble in Mineville und sowas machen und ja der oh lol ey gut dann bedanke ich mich für dein dabei sein schon auf jeden Fall werden vorbei ich habe noch keine Videos rum aber ihr wisst ja was kommt ja ich würde mich ziemlich freuen und ich werde dann auch Let's Play Tacket Together machen mit einem Freund von mir und du kannst ja auch dabei sein wenn du willst und ich habe 120 L ja vielleicht also auf jeden Fall um jetzt wird noch was kommen ja das war's mit dieser Meinung danke wir dann dabei